Wer kennt sie nicht, die alten Onkya-Handys, ja? Wir wollen uns heute eine weitere Coding-Challenge angucken, und zwar mit Hilfe von Onkya, die hier ein Beispielbild bieten. Diese Challenge wurde vor kurzem erst von Airbnb bei einem Vorstellungsgespräch gefragt und es geht darum, man bekommt eine Zahlenfolge, das heißt zum Beispiel 4, 5, 6 oder 1, 3, 3, 7 und man soll herausfinden, welche Wörter kann ich denn damit bilden? Jetzt ist allerdings wichtig zu sehen, dass hier natürlich mehrere Buchstaben drauf liegen und bei der Challenge ging das folgendermaßen. Normalerweise musste man ja zum Beispiel für ein E zweimal auf 3 drücken, also 3, 3 und dann eine kurze Pause und dann konnte man wieder tippen und das ist natürlich nicht so das, was wir haben wollen. Wir wollen 3 zählen, wir wissen nicht, wie oft 3 gedrückt wurde, aber es kann der Buchstabe D, E oder F dabei rauskommen, okay? Das heißt, wenn wir 3 drücken, können 3 Buchstaben rauskommen, wenn wir 9 drücken, können 4 Buchstaben rauskommen und so weiter und so fort. Und wir haben dazu schon mal ein kleines bisschen was vorgefertigt. Das ist nicht die Original-Challenge von Airbnb, da waren einfach nur ein paar Wörter vordefiniert. Man sollte einfach nur die Funktion schreiben, ist ein bisschen langweilig, wenn man dann so quasi völlig ohne Praxis ist. Deswegen habe ich hier mal English Words installiert, das ist auch in Pip drin, das könnt ihr einfach runterladen und dann habt ihr hier ein English Words Set beziehungsweise auch English Words Lower Set. Das sind einfach alles Kleinbuchstaben und die sind da alle drin. Also wir sehen hier Windtree, Denunciate, Hegemony, Bathurst, Lipton, Nassau, Expositor, Poser und so weiter und so fort. Also einen ganzen, ganzen Haufen Wörter drin. Wir wollen die einfach mal alle ausgeben, wenn sie möglich sind, aber nur dann, wenn sie möglich sind. Und wir haben hier noch was vorgegeben, das habe ich mal schon mal geschrieben, weil es einfach nur Schreibarbeit ist, Number Two Letter. Wenn man auf 1 drückt und wenn man auf 0 drückt, passiert nichts, aber 2 hat eben das Mapping A, B und C, 3 hat das Mapping D, E und F und so weiter und so fort. So und wir wollen jetzt eine Funktion unschreiben, die natürlich hier reinkommt, def is word possible. So und dann bekommen wir hier natürlich ein Word rein und wir sollen das eben überprüfen, ob das machbar ist oder ob das nicht machbar ist. Beziehungsweise wer es gerne ein bisschen schwerer möchte, also für die Anfänger ist das eine gute Challenge, wer es ein bisschen schwerer möchte und das wäre dann die Original Challenge von Airbnb, ist tatsächlich hier zu sagen, wir müssen alle Wörter bilden aus einem Array oder einer Liste, was wir hier haben an Wörtern. Das heißt, wir sagen nicht hier is word possible, sondern build words. Okay und dann bekommen wir hier kein Word rein, sondern wir bekommen ein Key Mapping rein. Also Key Mapping, beziehungsweise Keys einfach nur. Und wir sollen jetzt hier alles produzieren, was überhaupt möglich ist. So, wir bauen uns das Ganze rekursiv, denn wenn wir uns das Ganze mal genauer angucken, dann besteht, achso, bitte pausiert mich, wenn ihr die ganze Challenge selber lösen wollt, ja. Wir bauen uns das Ganze rekursiv und wir sehen hierbei, wenn wir einfach nur zwei und dann drei drücken, dann sind hier A, B, C jeweils möglich und danach D, E und F. Das heißt, alle Kombinationen aus diesen Wörtern sind möglich. Also A, D, B, D, C, D, A, E, B, E, C, E, A, F, B, F und C, F, ja. Und dementsprechend gehen wir auch vor. Das heißt, wir haben eigentlich dasselbe. Wir haben eigentlich eine Invariante, eine Schleifeninvariante oder eine Rekursionsinvariante, dass wir immer den vorderen Buchstaben umwandeln in drei weitere. Okay. Und das heißt, wir haben immer, oder vier weitere in diesem Fall. Und dann haben wir mehr oder weniger mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wir haben eigentlich mehrere Rekursionen. Wir haben hier drei Rekursionen. Wir nehmen im ersten Schritt, also im ersten Aufruf, nehmen wir uns die zwei und ersetzen die zwei durch A, im zweiten Aufruf durch B und im dritten Aufruf durch C. Und in den Rekursionen ersetzen wir die drei dann für A, ist ja schon vorgegeben, ersetzen wir die drei eben durch D, E und F. Und dadurch bekommen wir eben diese Anzahl an Wörtern. Gut. Das heißt, lasst uns das Ganze mal machen. Wir haben hier erstmal die Möglichkeit, uns auszulesen, was wir eigentlich haben. Das heißt, wir haben hier erstmal Digits gleich Keys. Keys von Anfang bis Ende. Wir kopieren uns das einfach direkt da rein. Und hier kommt natürlich noch eine kleine weitere Challenge zu tragen. Das heißt, wir können hier nicht einfach sagen, wir kopieren uns diese ganzen Digits, sondern es könnte ja sein, dass wir hier ein Number haben, das hier nicht vorhanden ist. Also eventuell hat man ja hier schon was reingetan, was uns trollen möchte, zum Beispiel also 4, 5, A oder sowas. Wir haben kein Hexadezimal, deswegen müssen wir hier sagen, okay, die A ist hier eigentlich nicht drin. Also, was machen wir? Wir sagen hier nicht Digits gleich Keys, sondern wir sagen, Digits ist gleich eine Liste aus A, ups, aus A, for A in Keys, if A in NumberToLetter.keys. So, das heißt, dementsprechend haben wir hier nur die, die hier auch wirklich drin sind. Und wir wollen das hier natürlich noch konvertieren, das heißt, wir müssen hier Int von A schreiben und wir müssen hier auch ein Int von A dann wieder rausgeben. Okay, so, jetzt ist das natürlich auch nur bedingt gut möglich, denn wenn wir hier Int von A schreiben, dann kann es hierbei einen Fehler geben. Das heißt, was wir hier machen ist, wir machen das nochmal kurz zurück und brauchen das gar nicht mehr, wenn wir hier oben Keys überschreiben. Mit Keys ist gleich i for i in Keys, ups, if i.isDigit. und hier können wir dann alles wieder in Int konvertieren, das sollte auch dann kein Problem sein. So, was wir jetzt machen, ist erstmal das Ganze uns ausgeben. Wir printen uns einfach nur mal die Digits aus. Das war jetzt nur quasi, wer fies sein möchte, der könnte hier fies sein, deswegen wollen wir hier das Ganze einigermaßen angenehm haben. So, wir bilden jetzt mal die Words von 3, 4 und 5 und schauen mal, was wir hierbei rausbekommen. So, 3, 4 und 5 jeweils als Zahlen. Wunderbar. Wenn wir jetzt hier noch ein A reinmachen, dann bekommen wir eben auch 3, 4 und 5 und keinen Fehler und das ist das, was wir haben wollten. Wenn wir hier eine, was können wir hier noch reinmachen? Ach, das ist eigentlich okay. Das sollte zeigen, warum ich das gemacht habe. Erstmal muss es in Int konvertiert werden, aber eben nur, wenn es auch wirklich ein Int ist und dann wollen wir natürlich nur die haben, die hier auch wirklich drin sind. Den Teil könnten wir uns eigentlich fast sparen, weil hier jeder Buchstabe abgebildet ist, aber wer weiß. Okay. So, der nächste Schritt wäre jetzt hier tatsächlich herzugehen und zu sagen, wir wollen jetzt das alles bauen, was wir hier bauen können und dazu gehen wir hier in eine Rekursion rein. Das habe ich ja schon angekündigt. Das heißt, wir sagen hier Build Words Recursive und übergeben hier Keys und wir übergeben eine leere Liste. Das ist quasi unser Akkumulator, wo alles vorhanden ist. So, jetzt natürlich die große Preisfrage, wie bauen wir uns diese Build Words Recursive und die schreiben wir uns einfach hier oben hin. Keys und Param. Nein, Param wäre es nicht. Es wäre eher Letters und wir müssen hier natürlich kein Pass reinschreiben, sondern was wir haben wollen ist, wir gehen durch dieses Ding durch und wir haben hier zum Beispiel für eine 2 mehrere Möglichkeiten. Aber wir müssen das auch mit allen weiteren behandeln. Das heißt, wenn wir hier keine Keys mehr haben, dann müssen wir mehr oder weniger alles zurückgeben. Ansonsten müssen wir hier in die Rekursion reingehen. Also, was machen wir? Wir schreiben hier erstmal ein Res. Ist gleich eine leere Liste. So, und in die soll bitte alles rein. Und zwar, welche Möglichkeiten haben wir denn? Vor C, also für jeden Buchstaben in. Naja, welche Buchstaben sind denn möglich? Und dazu haben wir hier oben diese Liste, beziehungsweise das Dictionary. Number to Letter von. Von was denn eigentlich? Naja, von unserer ersten Zahl eben. Das heißt, Keys von 0. Das liefert uns im Fall von der 2 zum Beispiel ein C ist gleich A, B und C. Okay, das heißt, wir haben hier drei Fälle. Das sind genau die, die wir haben wollten. Problem ist natürlich, dass das hier ein Dictionary-Objekt ist, welches nicht callable ist. Warum habe ich hier diese Klammern genommen? Ich bin natürlich auch manchmal ein bisschen doof. So, okay, perfekt. Das heißt, wir haben hier eine Liste aus allen möglichen Buchstaben. Also A, B und C. Okay, sehr gut. Was machen wir jetzt damit? Naja, erstmal müssen wir sie in die Rekursion schicken. Das bedeutet, wir sagen hier Res plus gleich. Also wir verlängern unsere Liste um die Ergebnisse, die wir rekursiv erhalten. Welche Ergebnisse erhalten wir denn rekursiv? Naja, Build words recursive. Von, war es genau? Keys? Naja, nicht ganz. Wir wollen ja, wir haben ja den ersten Key hier jetzt gerade weggetan. Das heißt, Keys von 1 bis Ende. Also wir schneiden sozusagen die erste Zahl, die gedrückt wurde, ab. Und den Rest geben wir rein. Und was ist Letters? Naja, Letters ist ja genau das. Wir haben hier Letters drin. Das ist in unserem ersten Fall zwar leer, aber im zweiten Fall sollte das nicht mehr leer sein. Das heißt, wir hängen hier hinten dran unseren Buchstaben C. Aber wir müssen als Liste dranhängen, damit das irgendwie verknüpfbar ist und damit es uns keinen Fehler gibt. Also wir wollen, dass der weiterhin als Liste haben. So, perfekt. Und dann haben wir ja eigentlich schon alles. Jetzt geben wir hier, wenn wir das gemacht haben, diese ganze Liste an Results zurück. So, da das jetzt hier eine Rekursion ist, die niemals aufhört, müssen wir aber irgendwann mal aufhören. Denn irgendwann gibt es kein Keys von 0 mehr. Das heißt, wenn wir keine Keys mehr haben, also if not Keys, wenn die Liste sozusagen leer ist, dann wollen wir hier einfach sagen, okay, wir geben das halt einfach mal so zurück. Also return einfach nur die Letters. So, wenn wir das jetzt hier haben, dann schauen wir uns das doch mal ganz kurz an, wie das eigentlich aussieht. Wir printen uns jetzt das einfach mal nur aus. Wir sind hier nämlich noch lange nicht fertig dabei. Wenn wir hier das jetzt mit, sagen wir einfach mal, nicht 3, 4 und 5, sondern einfach nur 3 und 4 machen, dann kriegen wir hier die Liste raus. Ups, das ist natürlich nicht richtig. Wir brauchen hier definitiv eine Liste aus Listen. Sollte klar sein. Das heißt, wir machen uns hier eine Liste aus diesen Letters. Und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir hier, okay, wir haben die Möglichkeit zu DG. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hier hoch. DG, dann haben wir DH, wir haben DI, wir haben danach EG und so weiter und so fort. Das ist genau das, was wir haben wollten. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Liste an Possible Words. Possible Words ist gleich das hier. Und naja, das müssen wir jetzt halt noch irgendwie vergleichen. Das heißt, wir gehen hier einmal durch die Liste durch. Also einmal vor. Nein, wir machen das anders, wisst ihr was? Und apropos, hier müssen wir natürlich die Digits eingeben und nicht unsere Keys. Die Keys haben wir ja gerade schon neu gemacht, sozusagen. Wobei es wahrscheinlich trotzdem funktionieren würde. Also im Endeffekt, ja. Im Endeffekt könnten wir das eigentlich auch lassen mit Keys. Wäre dasselbe Ergebnis. Gut. Was wir hier machen wollen, ist, wir wollen uns die Words holen. Ist gleich. Und wir schreiben jetzt mal hier ein I. Für alle, also quasi jedes Einzelne, wir nehmen jedes Einzelne Possible Word. Also für jedes I in Possible Words. Und überprüfen, ob das ein gültiges englisches Wort ist. Das heißt, wenn das I in unserem English Words Lower Set drin ist, dann geben wir, ups, dann geben wir Words zurück. So, das wird nicht funktionieren, wie wir jetzt gleich sehen werden. Und zwar, weil natürlich hier, äh, ja, natürlich. Wir haben hier ja einzelne Listen rausbekommen. Und, ähm, Sekunde, wir machen das nochmal ganz kurz so. Ich will euch zeigen, woran das jetzt liegt gerade. Und zwar, wir haben ja hier eine Liste aus Listen bekommen. Ja, das heißt, wenn ich hier wirklich hergehe und sage, if I in English Words Lower Set, dann überprüft es mir, ob D und G innerhalb English Words Lower Set sind. Das möchte ich natürlich nicht haben. Das heißt, wir müssen hier unsere Possible Words noch ein kleines bisschen verarbeiten. Und zwar, wie machen wir das? Ähm, wir sagen hier Possible Words ist gleich, ähm, leere Liste oder halt einfach leerer String Punkt Join mit unserem jeweiligen, ähm, jeweiligen I, mit jedem I in Possible Words drin. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal kurz an. Achtung, wir machen das hier nochmal kurz raus. Dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. Wenn wir hier nicht überprüfen, so, jetzt haben wir D, G, D, H, D, I, E, G und so weiter und so fort als einzelne Wörter. Und jetzt überprüfen wir, ob die Dinger in unserem Lower Dings drin sind. Und E ist offensichtlich in unserem Lower Word, äh, Lower, English Lower Words Set drin. So, jetzt kann ich hier natürlich alles Mögliche reintun, was ich möchte. Und zwar, 3, 4, 5 hat gar nichts. Ist interessant, ähm, was haben wir hier zum Beispiel noch? Ähm, sagen wir einfach mal, ich möchte natürlich wissen, was die Wörter zu 1, 3, 3, 7 sind. Ist ja klar. Auch keine. Das ist doof. Und was ist mit 42? G, H und I, ja. Ähm, ja, okay. Das sind jetzt nicht gerade die besten Wörter. Wir nehmen mal ein bisschen was Längeres. Vielleicht gibt es ja hier was. So sechs Buchstaben. Heieiei. Probieren wir es mal mit 3, 6 und 4. Da habe ich mir nämlich welche rausgesucht gehabt. Dog, Eng und Fog. So, und das sind tatsächlich jetzt gültige englische Wörter und nicht Nonsense-Wörter mehr, die wir hier gar nicht brauchen. So, das heißt, wir haben jetzt quasi hier zwei Sachen gemacht. Wir haben einmal das Ganze rekursiv gebaut und wir haben danach die Sanity-Überprüfung gemacht, ob die Dinger auch wirklich gültig sind und haben das auch vernünftig verarbeitet. Und das ist eigentlich eine ganz gute Struktur, wie man das machen könnte. Ähm, ja, es ist nur schade, dass es natürlich kein Wort zu 1, 3, 3, 7 gibt. Aber das zeigt einfach nur die absolute Bedeutung dieses Wortes hier. Und, naja, bei 42 sind es jetzt auch nicht wirklich coole Wörter gewesen. Aber gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.